So, jetzt geht es um die Verlosung von den drei Pilzseminaren. Wir haben hier die Oma hingesetzt und die zieht jetzt aus den richtigen Antworten drei Gewinner. Na dann mal taug. So, jetzt darfst du ziehen. Der erste Gewinner heißt Oisteralis. Wie heißt der? Oisteralis, der nennt sich so im Internet, denke ich mal. Der heißt wahrscheinlich... Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt mischen wir nochmal. Ich sehe die Oma gar nicht beschaffen. Die nächste Gewinnerin heißt Sufi oder Libby Feiertag. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. So, und jetzt kommt der letzte Gewinn. Heike Krämer. Super. Diese Geschichte ist einzulösen an einem Sonntag, jetzt im Oktober. Das Ganze geht um 14 Uhr los dann im Restaurant Plan B in Osterkappeln. Also wir treffen uns da immer um 14 Uhr. Für alle, die dann vielleicht trotzdem mitmachen wollen, die nicht mitgewonnen haben, nochmal die Preise. Es ist 24 Euro ermäßigt für Arbeitslose und Studenten und Schüler. Es ist 12 Euro. Das Ganze geht um 14 Uhr, wie gesagt, los. Das ist ein theoretischer Teil bei. Eine Pilzwanderung. Und abends putzen und essen wir die Pilze auch zusammen. Da kann ich dann auch nochmal zu den Pilzen dann was erklären. Hat immer viel Spaß gemacht. Plan B ist eine super Atmosphäre da. Und da kann man dann auch noch ein bisschen länger bleiben, wenn man Lust hat. Jörg Hummer. Bis dann. Euer Raphael Florian.